Kann schon ein bisschen schöner sehen, deswegen machen wir hier an den Eckpfeilern... Oh Gott, der Enderman läuft rum. Oh nein, pass bitte auf. Ja, ich versuche es. Sonst ist unser Abenteuer ganz schnell vorbei. Oh ja. Hallo, Bobby Army! Ich bin Bucky, der beste Hund in Minecraft. Bevor es losgeht, gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Okay. Okay. Flumpflump, okay, ja, ja. Hm, nochmal schauen. Hm, okay, das hätte ich vielleicht so nicht machen sollen. So und so. Und weg. Und hüpf. Und genau, jetzt kommen wir noch ein bisschen hier weiter hoch. Okay. Dann nehmen wir das noch mit. Oh mein Gott, hoffentlich gibt es hier nicht so viele böse Überraschungen hier unten. in einem Neto. Schon ein bisschen Angst. Okay. Ich habe die ersten paar Holzteile. Nein, die Baku bist du, wir dürfen uns nicht verlieren. Ach, da hinten ist es klar. Und nebenbei dürfen wir auch den Enderman nicht anschauen. So, oh, das ist ja richtig hart. Oh, oh, okay. Puh, da müssen wir ja richtig aufpassen. Ähm, was nehmen wir denn mal raus? Ähm, du, 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 du. Nehmen wir erst mal das Bett. Wir setzen hier wieder so einen Stein drüber. Gucken, ja, okay, das ist hier genauso. Können wir das irgendwie abbauen? Ja, geht auch. Okay, cool. Okay, erst mal so ein bisschen eine gerade Fläche bauen, würde ich sagen. Oh Gott. Oh nein, ich höre den Enderman, er ist ziemlich nah. Er ist hinter dir. Pass bitte auf. Ich darf mich absolut nicht umdrehen. Oh nein. Okay, so, jetzt habe ich ja wieder ein bisschen Holz. 64, dann würde ich sagen, bauen wir einfach mal so ein ganz simples Blockhaus. Und, ja, dass wir erst mal etwas haben können, wo wir schlafen können und, äh, ja, unsere Sachen einfach so ein bisschen reintun können. Okay, schauen wir mal. Ja, klein, klein, aber fein. Ach nein, Quatsch. Äh, so und so. Und das kommt wieder weg. Obwohl, nein, hätte ich eigentlich lassen können. Das wird dann der Boden. Okay, Boden, Boden. Und wir bauen uns ein Haus im neuen Net-Update. Oh Mann. Das kam ja heute erst raus, Ladybug. Richtig, richtig heftig. Oh ja, ich bin richtig aufgeregt. Ja, das glaube ich dir. So, okay, dann nehmen wir hier noch ein bisschen Holz mit. Und so und so. Und da würde ich sagen, es muss ja nicht wunderschön, das soll ja nicht absolut hässlich aussehen. Kann schon ein bisschen schöner sehen. Deswegen machen wir hier an den Eckpfeilern... Oh Gott, der Enderman läuft drum. Oh nein, pass bitte auf. Ja, ich versuche es. Sonst ist unser Abenteuer ganz schnell vorbei. Oh ja, hoffentlich nicht. So, hier noch ein paar Säulen, würde ich sagen. Oh Gott, oh Gott, ich glaube, er steht schon wieder direkt hinter mir. Mein Gott, Ladybug. Ach, Moment. Wir haben doch hier die Pumpkin-Köpfe. Die schützen uns. Was? Man sieht zwar ziemlich... Ja, ja, das hat der Herr Doktor Erfindermann doch mit in die Kiste gelegt. Das sieht ja richtig, richtig lustig aus. Ja, man sieht doch ziemlich wenig, aber es wird uns erstmal helfen, dass wir wenigstens hier erstmal das Haus gebaut haben. Okay, ja, da sieht man wirklich wenig. Ich weiß gar nicht, ob mir das so gefällt. Richtig uncool. Ich weiß nicht, ist der Enderman hier noch irgendwo? Ich sehe ihn gerade nicht. Würde ich das nämlich gerne... Ja, doch... Ah, nein, er ist doch ziemlich nah am Haus. Richtig uncool. Na ja, sollten wir mal schnell noch so ein paar Wände hochziehen. Dum 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 dum. Und ja, also hier. Hast du eine Werkbank irgendwo? Ja, schau mal, eine Mental-Lady-Bank. Kann ich gleich direkt setzen. Und hier. Oh nein, oh nein. Oh Gott, der Enderman steht genau hier am Haus. Oh Gott. Ja, dann guck ihn doch an. Er tut uns doch nichts Böses. Ja, trotzdem habe ich Angst. Ich meine, er hat mich gerade weggeschubst und er guckt sich auch ganz schön böse an. Uiuiui. Okay. Dann machen wir hier und hier. Und hier so eine kleine Art Fenster. Erstmal alles nur improvisiert. Hauptsache wir sind... Oh Gott. Das werden ja mal mehr. Ich glaube, das sind jetzt schon zwei. Zwei Enderman? Ja. Oh Gott, Regenbark. Wir sollten uns wirklich schleunigst hier einbauen. Genau. Und hier auch nochmal bitte ans Fenster denken so ein bisschen. Das Ganze... Oh, da habe ich gerade nicht mehr gedacht. Oh nein. So auch immer ein bisschen rausgucken können. Okay, dann machen wir das hier wieder weg. Und dann geht es einfach hier weiter. Und hier. Und hier. Und hier. Ja, das sieht doch schon langsam ganz okay aus. Und wo wollen wir die... Machen wir dann quasi hier den Eingang hin oder was, Regenbark? Ja. Okay. Dann würde ich sagen... Ich weiß gar nicht so. Ja, alles klar. Ist zwar nicht ganz wittig, aber egal. Das soll es ja bloß für den Anfang etwas Schutz bieten. Okay. Ja, ich mache den nach diesen Blütenhelm. Da habe ich sie so wenig. Das ist richtig, richtig uncool. Okay, Bums. So. Okay. Okay. Jetzt wollen wir noch ein bisschen... Äh, ein bisschen mehr. Oh Gott. Ah, Gott. Ah, ich habe den Hinterminn angeguckt. Ich brauche noch ein bisschen mehr Holz, Leute. Ich habe genug, ich habe genug. Äh, so unverarbeitetes Holz. Achso, nein, das nicht. Ja, für die, äh, für außen noch. Für die, für die sollen so ein bisschen... So wenigstens ein klein wenig Abwechslung haben am Haus. Puh, aber um die Endermänner müssen wir uns früher oder später wahrscheinlich trotzdem mal kümmern. Wir würden sie nicht einfach angreifen. Äh, ich glaube, die sind relativ stark... Äh, hä? Ich glaube, die sind relativ stark, Ladybug. Na, dann lassen wir uns erst das Haus bauen. Unseren Weasburn-Punkt setzen. Und dann greifen wir an. Das ist eine sehr gute Idee, Ladybug. Ist das hier... Ja, genau. Das hier oben dann, äh, erst mal das Dach, richtig? Ja. Alles klar. Gut, dann bauen wir hier die... Ah. So, und so, und so, und so. Ah. So. Ding, okay. Okay, da brauchen wir noch zweimal normales Holz. Und dann... ...dürften wir schon ziemlich durch sein mit unserer allerersten Base hier im Meter des 1.6 Updates. Das ist richtig cool. Okay, äh, ich höre schon wieder ganz viele böse Endermänner. Die bauen wir uns hier nochmal fix hoch. Und noch eins. Ups. Na? Komm. Okay. So. Genau. Hier. Und hier. Und... ...den Rest. Okay, haben wir hier noch ein bisschen Holz. Können wir auch noch setzen. Okay. Da brauchen wir aber auf jeden Fall noch eine Tür. Ah ja, okay, hast du das schon gemacht. Sehr schön. Ähm, runter. Okay, das kommt auch wieder mit weg. Äh, Schaufel. Dum, dum, dum. So. Okay. Dann... ...machen wir das auch noch weg. Und ich würde sagen, setzen wir schon mal unser Bett hier in die Ecke. So. Wow! Was? Ich weiß auch nicht. Ich habe gerade das Bett angeklickt und dann ist alles explodiert. Oh nein. Oh nein. Oh nein, Ladybug. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Was für eine Katastrophe. Da war doch bestimmt schon wieder der böse Vitamine-Hacker dahinter. Oh nein, Leute. Kann uns denn nie irgendwas Gutes passieren? Äh. Oh nein, meine Freunde. Das Video ist vorbei. Wenn ihr genauso traurig seid wie diese Totenköpfe hier, dann schaut am besten noch eine weitere Folge. Oh nein. Schaufel der прест seasons. Oh, hör ja. Sula ja ja. Oh schon.